Das Labor ist vorbereitet, Boss. Oh, eigentlich ist er der Boss. Ich bezahle nur für alles und entwickle alles und... Sieh zu, dass es cool aussieht. Die Dreharbeiten sind großartig, wie im Ferienlager. Fühlt sich überhaupt nicht wie Arbeit an. Das geht gerade ab. Dieses Mal sind wir öfter zusammen, was toll für uns, aber furchtbar für Joss ist, da es schwierig ist, zehn verrückte Schauspieler, die sich sehr mögen zu bändigen. Es ist eine Freude, zu sehen, wie gut sie sich verstehen. Aber hin und wieder auch sehr anstrengend. Die Kids machen es mir nicht leicht, aber ich schaffe das. Es herrscht ein Gemeinschaftsgefühl. Zeigen Sie mal, was wir haben. Das ist nichts für Sterbliche. Der Film macht unglaublich Spaß und ist durchdacht. Er bekommt mein Gütesiegel. Okay, da kommt was. Was? Da kommt er schon wieder weg. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020